In dieser Woche möchte ich ein Thema mal etwas näher beleuchten, nämlich Anleihen. Man hört immer wieder das Narrativ, Anleihen lohnt sich wieder für Investoren. Bei Anleihen muss man dabei sein, was es damit auf sich hat. Heute bei Heiko's Marktupdate. Hallo, herzlich willkommen bei Heikos Marktupdate hier bei OnVista. Ja, ihr wisst es, ich schaue eigentlich immer auf den Aktienmarkt. Aktien, das sind unser Investment, denn ganz klar, unser Narrativ ist, Anziehen sind alternativlos. Nun ist in den vergangenen Monaten durch die starken Zuwächse bei den Zinsen auch die Anlageklasse der Anleihen wieder hochgekommen. Und sicherlich haben wir, wenn man in den USA schaut, als allererstes natürlich hier Renditen, die teilweise über 5% bringen. Wir haben sichere US-Staatsanleihen, in den meisten Fällen noch mit einem Doppel-A-Rating geratet, teilweise noch AAA, höchste Kategorie, die über 5% Rendite bringen. Das hört sich erst einmal ganz toll an, aber man muss das ganze Thema natürlich auch etwas näher und beziehungsweise sich auch über einen längeren Zeitraum betrachten. Und das Entscheidende ist ja nicht die Rendite allein, sondern immer in Bezug auf die Inflationsrate. Ich habe es ja an dieser Stelle häufig erwähnt, die Realrendite ist das, was es ausmacht. Und wenn wir hier mal auf die Entwicklung schauen, habe ich einen Chart mitgebracht für euch, nämlich einmal die deutsche Realrendite und die US-Realrendite. Ihr habt es mitbekommen, ich habe bisher nur in die USA geschaut. Und da hat sich in den letzten Monaten tatsächlich überraschenderweise, auch für uns, es so verändert, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, dass die Realrendite wieder ins Positive gerutscht ist. Ihr seht aber auch, sie ist so gerade ins Positive gerutscht. Nochmal die Realrendite festgelegt, das ist eben der Zinssatz, den man als risikolosen Zins beispielsweise bei einer 10-jährigen Anleihe bekommt und davon wird die Inflationsrate abgezogen. Durch den Rückgang der Inflationsrate und den deutlichen Anstieg der Zinsen ist dieser Wert wieder im positiven Bereich angekommen. Aber wir reden hier nur von den USA. Wenn wir uns den anderen Bereich nämlich noch anschauen, Deutschland, dann sehen wir ganz klar, hier sind wir immer noch im negativen Bereich, weil die Inflationsrate eben noch nicht so stark zurückgekommen ist und die Zinsen sind auch noch nicht so stark gestiegen. Deutschland. Jetzt kann man sagen, dann kaufe ich doch einfach US-Anleihen und habe diese 5% Zinsen und komme hier in den positiven Bereich, weil natürlich auch die Inflationsrate in Deutschland nicht mehr bei 5% oder so in dem Bereich liegt. Das hilft in dem Augenblick nicht weiter, denn wir haben ein Währungsrisiko und die 5% Anleihenrendite sind ja in US-Dollar. Wenn man jetzt US-Dollar Anleihen reinnimmt, hat man natürlich immer ein Währungsrisiko. Das kann man wiederum absichern, ganz klar. Das frisst dann aber im Endeffekt genau diesen Zinsunterschied eigentlich wieder auf. Also, wenn man auf Anleihen schaut, dann sollte man tatsächlich auf das schauen, was man als Realrendite bei uns in Deutschland rausbekommt. Jetzt kann man natürlich, wenn man nicht, sehen wir, Staatsanleihen nimmt, Deutsche, sondern in den Bereich der Unternehmensanleihen geht, natürlich auch höhere Renditen bekommen. Und hier kann man auch in Deutschland positive Realrenditen entzielen. Aber da ist natürlich das Risiko auch ganz anders gestreut. Auch das muss man im Hinterkopf haben. Also, Anleihen sind keine risikofreie Anlage, denn nicht das Top-Rating ist, gibt es natürlich auch immer ein Ausfallrisiko. Bei Aktien gibt es Kursschwankungen und bei Anleihen gibt es eben das Ausfallrisiko, was man im Hinterkopf haben muss. Top-geratete Anleihen, die beispielsweise ein AAA-Rating bekommen, dreifach A, da ist das Risiko extrem gering, dass da überhaupt etwas passiert. Aber je weiter man runter geht bei der Einstiefung, desto größer wird das Risiko hierbei. Also, ihr seht schon, es ist nicht so ganz einfach zu sagen, Anleihen sind jetzt die Top-Anlageklasse, wo man auf jeden Fall mit dabei sein muss. Unser Ansatz bleibt natürlich auch an dieser Stelle ganz klar zu sagen, ihr solltet auf jeden Fall stark auf Aktien setzen. Nun haben wir in den vergangenen Wochen einen schwachen Aktienmarkt gesehen. Der Oktober war nicht besonders erfreulich. Schauen wir nach vorne und dann wird es erfreulich, denn ab November beginnt die saisonal stärkste Phase an den Märkten. Die nächsten sechs Monate sind, historisch betrachtet, die stärksten sechs Monate an der Börse. Sell in Maine, go away ist das alte Sprichwort. Und ab November ist eigentlich eine sehr gute Zeit, in den Markt zu gehen. Jetzt ist die Frage, kommt die Jahresendrallye? Das ist aber gar nicht so entscheidend, denn auch das solltet ihr im Hinterkopf behalten, bitte. Setzt nicht zu kurzfristig auf den Aktienmarkt, sondern seht es schlicht als langfristiges Engagement. Natürlich könnt ihr mal kurzfristig mit einigen Sachen ein bisschen hin und her traden, sicherlich. Aber das langfristige Ziel bei euch sollte sein, wirklich aktiv am Aktienmarkt dabei zu sein. Am besten mit Sparplänen, kleine Beträge im Monat und dann einfach an die Seite legen und auch lange liegen lassen. Genau dann kann der Aktienmarkt seine Stärke ausspielen, denn, das möchte ich euch hier auch noch mitgeben, mittel- bis langfristig ist der Aktienmarkt eben von den Renditen her deutlich attraktiver als der Anleihenmarkt. Wir haben langfristige Renditen beim Aktienmarkt, gemessen am S&P 500 von 8,5 Prozent, bezogen auf einen Zeitraum von annähernd 95 Jahren, wenn man das zurückrechnet. Da kommen Anleihen schlicht und einfach nicht mit. Also wenn ihr Zeit habt und wenn ihr natürlich mit den Schwankungen am Aktienmarkt zurechtkommt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig aufgehoben. Anleihen sind derzeit kurzfristig wieder für einige sicherlich eine Alternative, aber für uns nicht, weil wir schlicht und einfach mittel- bis langfristig eben hier auch wieder das Kursrisiko bei den Anleihen sehen. Ja, das soll es gewesen sein diese Woche mit dem Blick auf Anleihen. Warum das Narrativ der Anleihen, das als Anlageklasse. Einerseits greift, andererseits muss man ein bisschen genauer hingucken. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Anmerkungen habt, gerne einen Kommentar drunter. Und ansonsten sehen wir uns wieder hier nächste Woche bei Heikos Marktupdate. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch.